Moin meine geilen Schnitt hier, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Olympische Spiele Tokio 2020 Heute mit ohne den Gott Der sieht so ähnlich aus Wer hat den Bauch frei? WTF Dafür mit Sebastian, Peter und Bram Und man kann jetzt dann weiter drücken oder man kann hier die geilen Pussel Das bin ich hier, ich bin der Kolo Giese Achso lol, ok wir sehen uns alle gegenseitig Konnichiwa Ok, alles klar, verstehe Peter sieht schon sehr ähnlich aus Ist der der mit dem Bauch frei? Nein, ich bin der der so aussieht wie ich Peter ist der Holländer Und Bram ist der der Bauch frei trägt Und du bist die Frau Ich bin der der Glatzer, hab ich auch versucht mich nachzumachen Los Oh shit Junge Gas Junge Ich fliege alle nachher Was ist das von mir gekommen? Ihr habt mich gewonnen Was? Also bei mir war Peter vorne, aber ich war echt knapp dahinter glaub ich Bei mir, bei mir hatte ich riesen Abstand zu euch Dullis Neuer Rekord 8, 2 9, 9, 1 8, 2 9, 5, 5, 2 Hatte ich Hey Jay war überhaupt nicht vorne Na klar war ich vorne Guckt euch das doch an Was? Peter hat 8, 9, 1? Bullshit Ich hab 8, 8, 9, 1 Ich bin doch krass noch drangekommen an die Guck mal wie ich da alleine bei mir vorne renne Ich hab euch gar nicht gesehen Peter bei mir sieht das anders aus Aber bei Christian war das genauso Der hat sich auch gefreut, obwohl ich vorne war Am Ende hab ich noch richtig Gas gegeben Aber hey Das ist ja richtig belastend Ich hab selber, das ist ok Immerhin, Portugal Da hast du mich jetzt aber oben gesehen, oder Jay? Ja, ja Na klar Das ist ja auch die schnellste Zeit gelaufen Ja ok, das ist zumindest synchron Ok, immerhin Guck mal wie ich da, wie ich die Siegerehrung hier habe Goldmedaille für mich, dankeschön Ja, GZ, GZ Dankeschön Verlierer darf das nächste Spiel aussuchen, haben wir immer gesagt Ok, der letzte Das heißt, das Spiel auswählen Alles klar, also ich, ja Bram darf aussuchen Alter, das war ja schon Ich hab 11 Sekunden, ich war einfach mal 3 Sekunden langsamer Du bist aber auch nicht in die richtige Richtung gelaufen, oder? Ja, gib ihm da Hammerwerfen, komm, ab dafür Hammerwerfen klingt gut Ok, noch nicht Ok Das haben wir noch nicht gespielt Wie erhält man Tipps? In den Tipps kannst du zusätzliche Informationen einsehen Ja, dankeschön Ah, wie man spielt, oder was Gib mir doch nen Tipp! Was ist das für ein Tipp? Wie man spielt Ich dachte grad, ich wäre der mega krasse gewesen, weil ich am Ende noch am Peter vorbeigezogen bin Wie kann das nicht synchron sein? Was ist denn schon wieder? Es gibt erstmal jedem ein gutes Gefühl Wieso, wieso hab ich Da So jetzt Steuerung, da Alter Ok, das ist ja easy Ok, das wird schon wieder schwieriger Ach du Scheiße Ah, Rosa ist perfekt Ach du Scheiße, das krieg ich ja niemals hin Das klingt ja super einzig Eieieieiei Ja, das klingt in der Tat sehr simpel Ok, ich bin ready 57 Meter Ball Das war schon heftig Ok Das klingt ja alles nicht so schwer Na klar Ok, dann zeig mal her Wer fängt denn an? Das ist eine Newkammer Also ist das jetzt so nacheinander Ding? Ich fang an bei mir Wir sind ja gleichzeitig alle Wir sind alle gleichzeitig Wir sind alle gleichzeitig Drei Versuche haben wir Äh Ja, wie auch so verschwunden Ich hoffe, das wird nicht addiert Alter Ich glaube ich war der Schlechteste Oh mein Gott Haha, Peter Alfa Aber dafür warst du gerade der Schnellste Ja, das ist richtig Ich bin Sprinter Ich habe keine Kranien Sprinter Ok Oh, der war nicht gut Perfekt Perfekt Der war nicht gut Oh, da fliegen sie aber alle weiter Der war ja voll boh Der war schlechter als der Erste? Fuck Der war scheiße Scheiß hinter Jay Na meine, 109 666 Du musst aber erstmal knacken Ja, aber die zählt als Einzelleistung, oder? Das heißt Der ist jetzt immer noch Okay Jetzt zumindest auf die 4 hoch Oh yeah Oh yeah Einen halben Meter rangekommen Okay Schon geil Schon geil der Portugiese hier Ich sühe euch alle weg Ich weiß ja, ich weiß nicht, warum er total ist Ah, ich hab's versaut Oh shit, das war ja richtig Müll Nee, ich hab's versaut Oh, ich hab auch versaut Ich musste einmal neu reingreifen Eingreifen Oh, scheiße Oh mein Go Oh, Gott Ich bin aber genauso gelandet Yes Yes Ich bin nochmal Ich bin nochmal Ich hab meinen gleichen Schwung gehabt Oh shit Oh shit Als ob Peter jetzt gewonnen hat Das ist so gemein Das war richtig scheiße Das war richtig scheiße Welchen Platz hab ich denn jetzt gemügt am Ende Du dürfst ja dritter sein, oder? Ey lächerlich Ich will das nicht sehen, das ist auch peinlich Zumindest schämen Wenn ich wenigstens die Also 100 Meter ist schon mindestens Geil, jetzt hab ich Tipps für Hammerwerfen freigestellt Ich bin mit meinem Ding wirklich halt fast aus Guck, seht ihr das noch? Wie weit der? Also das ist lächerlich Wir sehen, du siehst immer nur deine Sachen Naja, ey Sag mal so Können wir jetzt zweimal Gold bekommen? Ja, das ist jetzt auch nicht so scheiße Die Holländer sind stark in sowas Ja, die Holländer sind stark Was ist mit den Holländern? Jetzt darf Sepp auswählen, ne? Jetzt darf Sepp auswählen Ja, yes Aber auch ganz belastend gewesen hier Hier unten kann man auch noch runter gehen Oh, Judo Judo klingt super Machen wir das 101 Das ist cool Jawoll, Teams hier Ja Ach komm Komm Holland und Japan haben auch eine irgendeine Freundschaft Du musst dir mal einen zwischen die Augen schlagen, oder? Bei Judo Ja Immer ins Gesicht Nee, hier, Schnick-Schnack-Schnock ist das Schnick-Schnack-Schnock? Ja, umgangssprachlich Oh, die Matten schleppen, das war früher immer ein Akt Hallo, kannst du... Ich kann mir noch nix angucken Könnt ihr jetzt schon... Jetzt erst, okay Ja, Peter Okay, wie man spielt Okay Okay, what the fuck Alter, ich bin komplett überfordert Komplett überfordert Aber komplett Ja, es wird gut Wir drücken... Wir drücken... Wenn es ist... Bastenflächen Easy Alter, what? Es gibt ne Spezialfähigkeit? Easy Komite-Befreiung kann ich Das ist klar Aber wir müssen Ippon machen, Peter, ne? Ippon wär nice Ich weiß nicht, was das heißt Das ist wie ein Ass Das ist doch ein Schatz Der Nippon Ne, der Nippon ist doch der Dax Nein Von Holland Von Finnjaka Von Holland Der Nippon ist so in ner Plastikpackung Und die ich mir so reißen Ja Das ist voll unfair, wenn er da gegen so nen dicken Spiel muss Gucken wir mal Was hast du denn da gehoben? Was hast du denn da gehoben? Ja, ich würd lieber gegen Sepp kämpfen Den krieg ich wenigstens gehoben Wow Oh, jetzt guck ich erst den beiden zu Sepp muss gegen Sepp muss gegen Sepp muss gegen PC Ne, Jay spielt gegen Inoke Ah, ne, ich bin das Hä? Das bin ich? Oh, ich darf den steuern Hey, ich seh doch ganz anders aus Ich bin doch die Pereira Ach du Scheiße Das ist nett jetzt Oh, das hat nicht geklappt, mein Angriff Warum macht man oben eigentlich einen 3-Minuten-Timer hin, wenn der einfach ewig schnell abläuft? Was? Ne, ne, hau ab, Alter Wie krieg ich denn meine Ausdauer zurück? 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 Gar nicht, das ist einmalig, glaub ich Bullshit Ich war jemand anders Ich konnte mich nicht mit denen identifizieren Ich hatte Cornrows anstatt Glatze Alter, ich war Hatte ein anderes Geschlecht, Jonathan War nicht rum Bei uns ist es richtig Halt sie weg Halt sie weg Halt sie weg Keine Ahnung, Alter Hh 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 Alter, was? Hh 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 Ah, okay. Komm her, Junge. Ah, Shit. Nicht gekriegt. Fucking Shit! Was ist jetzt los? Nein, abgeworfen, abgewährt. Ah, Sam ist raus! Selbst rausgegangen. Was? 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 Ich checke gar nichts, Alter. Son2KiMoriGoshi, Alter. Was ist das denn für ein Quatsch, jetzt? Ich raff hier links. Ich raff gar nichts. Ich raff gar nichts. Ich habe jetzt nur einen Kampf gemacht. Ja, hart verloren. Ja, sehr gut, Sebastian! Ich raff das gar nicht. Ich raff gar nichts. Ja, guck mal, wir haben die Silbermedaille. Es gab ja nur zwei Teams. Ja, wir haben die Silbermedaille. Jetzt dürft ihr beide die nächste Sache raussuchen. Na, mach mal, Jay. Das war ganz schön belastend. War schon okay. Oh, geil, es gibt Fahrradfahren? Wir sehen uns im Beachvolleyball. Ja, komm. Peter, da müssen wir schon wieder die Flasche machen. Mach er jetzt hier, ey. Peter? Muss ich? Ja, okay. Warte, 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 warte. Ja, muss ich? Sekundenschlaf. Du musst nicht spielen. Du brauchst auch nicht spielen, Peter, wenn du willst. Hast du nicht gemerkt, wie die Augenlider kurz nach unten gefallen sind. Einfach. Holland und Japan, die mögen sich. Stimmt. Ja, klar. Das wäre wahrscheinlich wieder super kompliziert. Ich weiß, du musst nur A drücken, damit der Ball rüberfliegt. Bestimmt. Okay, wie man spielt. Bewegen. Okay. Schlagen. Okay. Okay, ist ja erstmal grundsätzlich jetzt easy snack, oder? Ja, easy. Okay, ballern. Ja, jetzt gehen wir hin. Ich glaube an uns. Aber wir spielen jetzt für Portugal, ne? Ja. Gegen Japaner. Ihr habt dich kurz eingebürgert. Wieso steht bei uns Japan? Ja, weil ich der Erste bin, der rüber in unser Team geht. Ach du Scheiße. Alter, was ein sexy. Was ein sexy Booty. Bei mir ist das ein 2 und 1 hier gerade. Ah ne, du hast den Aufschlag. Was ein sexy Booty. Also Bram hat sein sexy Outfit auf jeden Fall rausgeholt. Scheiße. Bargern. Bargern, Junge. Hä? Mach's halt. Oh, ich hab... Ich hab den vorgelegt. Ja, nein. Was? Richtig gut. Kein Thema. Ah, ja. Was ein Schmetterbein. Ja, dann guck mal, es ist hier noch mal in der Wiederholung an der Bäm. Ich schicke hier gar nichts. Als wenn Peter so hoch springen kann. Warum hat Bram so komische Klamotten an und wie lange? Ich glaube Bram ist ein weiblicher Charakter. Ja. Ich bin weiblicher Charakter. Ja. Stimmt, das passt ja dann. Ist ja super. Wo ist er denn? Achso. Da hinten. Yo. Hier Bram. Jetzt. Nice. Stark. Wie kriegst du das Ding, Peter? Stark. Wie verteid ich so schnell? What the fuck? Na, egal. Mach mal einen Aufschlag. Hast du, hast du. Hab ich. Hab ich. Ja. Ja. Fuck, der hat ja rausgegangen, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott. Wo hab ich stehen denn hingemachen? Ja, nicht dran gehen, nicht dran gehen. Wo hab ich stehen denn hingemachen? Hä? Alter, wir verlieren wieder komplette. Boah, ist das schlecht, ey. Spiel überhaupt nicht? Ich hab schon so einen geilen Schmetterschlag abgebremst, muss ich mal hier ganz kurz sagen. Wann soll das denn heißen jetzt hier? Du hast noch nicht gemacht. So schnell. So schnell. Wie soll ich denn da so schnell reagieren mit meinem lahm Portugiesen? Wie soll man denn da, du blockst auch gar nicht. Du musst auch mal blocken, Bram. Ich geh jetzt nach vorne und block. Hä? Du bist gar nicht zum Ball gegangen. Der Ball war bei dir, Jay. Wirklich, ich hab echt nicht geblockt, ne? Weißt du? Lebt Bram und verliert den Ball. Ei, ei, ei. Sie haben einfach Glück gerade. Du kannst, glaub ich, noch mal ändern, wo der hingeht, ne? Jaja, du kannst das kontrollieren. Aha! Aha! Da ist dann schwierig. Sehr schön, Bram. Okay. Ah, weiterhin Matchball ist okay. Und? Oh, richtig schön! Und? Ah! Easy gewonnen. Du hast es aber auch nicht mal richtig versucht, Bram. Wir haben den aber auch einen ... Also ich würde mal sagen, ich habe einen Defense-Punkt auf jeden Fall gemacht. Und ich habe den Angriffspunkt gemacht. Ballannahmerate 100%. Wenn ich alleine gespielt hätte. Blockrate 0%. Was ist, wenn ich alleine gespielt hätte? Hätte ich gewonnen! Ja, 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 ja. Ach, guck mal, wer haben denn die Silbermedaille? Das ist doch schön. Wer ist das denn? Die Spanier, die waren scheiße. Japan und die Holland sind ein gutes Team. Wieso sind die Spanier drinnen gefunden? Ja, echt? Was haben die da zu suchen? Die sollen weggehen. Eieiei. Okay. Ja. Ich würde sagen, machen wir noch eine Disziplin. Und zwar machen wir jetzt nochmal Hürden. Hä, warum? Das hattet ihr doch bestimmt schon. Nö. Fahrradfahren wäre cool gewesen. Keine Ahnung. Das können wir ja auch irgendwann dann machen. Ah, ist schon ganz schön nice. Das gefällt mir gut, das Spiel. Ja, Peter auch, weil er alles gewinnt. Aber ich bin mir nicht sicher, warum ich gewinne. Aber das passiert einfach. Okay. Check. 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 Ja, okay, das ist ja easy snack. Das schaffe ich nicht. Da bin ich doch mal bereit. Das schaffe ich nicht. Das werde ich so verkacken. Gucken wir ja mal sofort. Okay. Wenn man zwei Dinge gleichzeitig tun, das wird nicht funktionieren. Jetzt geht es richtig ab. Achso. Mein Gott, wie viel man hier überspringen kann. Ich übersehe das immer. Okay. Au, 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 au. Die Spannung. Aber wirklich. Dö, 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 dö. Ich muss jetzt auch erstmal da so ganz entspannt hinschillen. Haha, wie bescheultert aussieht. Fertig. 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 Jetzt. Oh nein, direkt schon reingelaufen. Nice. Nein. Ich hab's versaut. Ich hab's auch versaut. Wieder die Goldmedaille geholt. Ich bin einmal eingeschädert. Peter. Du bist einfach der Sportlichste von uns. Muss man auch einfach mal anerkennen. 13 Sekunden ist aber auch echt erbärmlich gewesen. Ich war so schnell kurz. Ja. Da war ja kurz. Reicht halt nicht. Das ist einfach unfassbar, dieses Spiel. Mit dieser gesamten Folge ungeschlagen, möchte ich mal ganz gut sagen. Du bist auch krass. Propst einfach an Peter hier. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Zweiter geworden, ey, mein. Einfach insane. Ja, da seh ich doch die holländische Flagge, die da drauf gesündet wird. Schön. Dann winke ich nochmal so ein bisschen. Da war die letzte Disziplin, Jonathan, oder? Ja. Ja, dann würde ich mal sagen... Vielen lieben Dank fürs Zuschauen hier beim mir zugucken, wenn ich gewinne. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss. Ciao.